dann mach du mal hier war das muss ich jetzt wieder entdecken langweilen möglichkeit sich zu verstecken sehr gut ja 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 vielleicht werde ich das gleich nochmal probieren mit dem wie heißen die nochmal hab ich vergessen die dicken davon gerade jedenfalls aber bausführer ist gerade schwer machen die richtig viel schaden das ist nicht so witzig sich mit denen anzulegen wir müssen sagen wir müssen mal sagen ne ich muss hier lang Brücke? da das hier ja wir sind diejenigen die da rumtrödeln ey Leute hast du schon gut erkannt leh lehle wer hat die das sagen wer hat die das sagen Okay, soviel für den Magenten. Komm, Erent. Folge der Lady. Oh. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das ist Maratsagent. Der Waldschläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Wie komme ich denn da hin? Hier geht es mal nicht... Ach nee, ich muss wieder... Ich muss wieder raus. Mein Gott, Leute. Wozu Brücken? Aloy geht, wo sie will. Scheißegal, ob da ein Fluss ist. Juckt die gar nicht. Völlig überbewertet, sagt die. So, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Diese ganze Gegend kann ich mich nicht erinnern. An die Mission, ja. Diese Gegend, das hier so lang führte, kein bisschen. Oh, was lacht uns denn da oben an? Ja, der kommt uns hoffentlich nicht noch in die Quere. Das sieht mich hier jedenfalls mal noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Also, was fühlt man an, das sieht gut aus. foldern, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist ein hö 주는 Punkt. Auch nicht so weit. nesday,eningrufe. Und das sieht gut aus. kommt nach und ist schon da, alles klar. Ey, Leute, könntest du dich vielleicht ducken? Können wir die Maschinen? So, jetzt mal ein bisschen markieren, ich sehe überhaupt nichts hier. Da oben läuft ein Ochse rum, und da... Was ist denn das da lustig, das ist ein Verwüster. Da läuft so einiges für uns die Frage. Ich kann diese Haltevorrichtung leider nicht genau sehen, ich weiß nicht, wo der... genau festgebunden ist. Geht das einfach so? Nee, wir sind nur in die Haltevorrichtung. Ich hab euch befreit, geht ihr bitte mal erst auf die? Boah, ihr seid solche Kackviecher, ey. Ähm, ey, Leute, hab ich dreimal draufgehauen, aber wir hatten nix gemacht. Okay, das lief mal gar nicht wie geplant. Eigentlich sollten die jetzt auf Werber als Truppen losmaschinen, nicht auf mich. Gern geschehen. Ich helfe euch doch gern, mein Befreier. Aber der wird zu mir. Boah, krieg ich noch mal zu viel. Geh mal weg, kämpf mal mit denen da hinten. Nee, macht aber nicht. Okay, das war jetzt mal ne völlig absurde Aktion. Ob mir das damals beim ersten Mal gelungen ist, weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, diesmal hat es kein bisschen funktioniert. Na, ich hatte mich schon gesehen. Junge, wir sind jetzt mal fertig. Komm jetzt. Eindringlinge, lass die Maschinen los! Spreng die Ketten! Gern geschehen. Warte, hab ich noch gesehen. Nehm ichs wieder nicht mehr. Vielleicht geht er jetzt auf die anderen. Spreng die Ketten, das war grad mein Plan, ihr Witzbolde. Eren, muss das sein? Der greift grad die anderen an. Kumpel. Ach Eren, du bist ein Idiot. Lassen wir das. Zappel doch mal nicht so rum. Jones, Mal psychisch. Tschüss, Constantine die anderen an. Oso? Ja. Ich versuche dir das, nicht. Öffn. Ist es beim Ihnen好的 dibuj, wir machen das aber so lange bis ihr alle abgefackelt seid ich erkenne wer auf meiner seite steht und wer nicht aber ich glaube er erinnert nicht die letzten für die gare du frierst sie ein und ich gebe ihnen den rest oder auch nicht hey komm da raus für spaß bremse fröhlich niederbrennen der typ mehr gefangene maschinen hier bleibt mal schön da drin ich hoffe er kommt jetzt nicht auf die idee die zu befreien oder da muss ich verhauen der wohl sagt er soll dreck Was ist das denn für eine Spinner? Gutes Versteck, ey, Leute. Da findet er die bestimmt nicht. Was ist das denn für eine Spinner? Ja, chill. Was ist denn die Spinner? Was ist das für den Krieg? Was ist das für mich? Was ist das für uns? Der Wal wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Der Wal schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Naives Kind. Hör zu. Der Wal plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Havad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Erscha. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Er rennt es. Es tut mir leid. Wir müssen der Wal finden. Aber Meridian ist groß. Ich... Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Na, dann haben wir den... Huch. Opsa. Nicht so vorher. Ich erinnere mich. Oh, Speerschadenmodifikation. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Ey Leute, ich würde mal auf, über alles drüber zu hüpfen. Wie so eine kaputte... Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Die Sonne soll sinken. Okay. Ich will der doch gar nichts. Dann lass ich das mal hübsch gefesselt. Hat ja gerade super funktioniert, damit die freizulassen. Der ist nur auf mich losgegangen. Runx. Ich sollte das mitnehmen und dann weiter. Ich bin Rattenhaut. Ich weiß, wofür man die noch brauchen kann. Ich bin Rattenhaut. Wir haben jedenfalls eine ganze Menge Schild hinterlassen. Das muss man nicht beklagen. Das ist eine Modifikationskiste, weil ich mich verscheißen soll mit dem ganzen Mist. Oh, da wird vielleicht noch eine Hand, hauptsächlich. Die grüne Modifikationen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich hätte eine Modifikation für meinen Speer gefunden. Aber Speere können die doch gar nicht nehmen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt.